Komm mal, läuft. Und bitte. Langsame Blende. Ein Polizist, er schreibt einen Strafzettel. Doch was sehen wir da im Hintergrund? Der Polizist liegt bewusstlos im Krankenhaus. Schwenk auf den Detektiv. Er möchte den Fall wohl lösen. Doch da? Die Holzpistole der Attentäterin. Der Detektiv fackelt nicht lange. Und damit direkt in die Verfolgungsjagd. Schnitte auf rennende Beine. Eine wunderschöne Treppe. Wunderschön auch der Trick mit dem Regenschirm. Doch als beide sich sehen... Schnitt auf den Mafia-Boss. Er hatte wohl die Attentäterin geschickt, um ein Parkticket zu umgehen. Und möchte den Job nun selbst beenden. Zusammen mit seinem Killer-Affen? Und damit direkt in den Showdown. Wie soll das noch gut enden? Dramatische Schärfenverlagerung. Close-up. Ist das das Ende unseres frischgebackenen Paares? Doch nein. Überraschung. Wackeliger Zoom auf den Polizisten, der aus dem Koma erwacht ist. Achsensprung. Schuss. Die Bösewichte kommen nochmal mit einer Verwarnung davon. Ein Räucherstäbchen lässt die Pistole rauchen und damit direkt ins Happy End.